So, meine Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung, willkommen zurück zu einer neuen oder weiteren Runde Let's Play Aliens vs. Prater auf der Seite des Aliens. Und ja, wir waren stehen geblieben, dass wir gerade auf dem Weg in den Dschungel waren. Beziehungsweise diesen jetzt erreichen gerade. Ja, hier hatte ich die Zivilisten alle infiziert. Oh, da sind wieder die Penispflanzen. Und ja, mal gucken, was uns jetzt noch erwartet. Okay, wir erinnern uns an die Stelle. Hier war der Predator das erste Mal, glaube ich, aufgetaucht. Finden Sie einen Weg in das Gebäude BO3? Boah, ist das so? Das ist komisch, auf der Seite zu gucken. So, danke schön. Okay. Okay. Schauen wir uns erst mal um. Da haben wir einen Zivilisten. Okay. Ah, was ist da drin? Ah, was ist da denn hier? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay, dann kommen wir da raus. Oh. Habe ich das jetzt schon da kaputt gemacht? Mal runter. Ja, hat die schon kaputt gemacht. Okay. So, wie komme ich da jetzt rein? Denn die Dunkelheit ist Verbündete des Aliens. Deshalb machen wir auch die Lichter alle möglichst aus. Das geht nicht aus. Auch wenn es noch eigentlich viel zu heller für ist, um wirklich in Dunkelheit zu agieren. Aber wir können es jetzt so dunkel machen wie möglich. Vielleicht können wir uns ja auch so eine dunkle Ecke irgendwo schaffen. Wo wir dann... Wo wir dann... Ich komme mit dieser Steuerung immer noch nicht so wirklich zurecht. Obwohl ich jetzt schon die ganze Zeit das Alien spiele. Aua, mein Bart. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Bartstoppeln habt und dann so da drüber reibt, weil euch das Kinn juckt und dann reißt ihr euch da irgendwie Haare raus? Oder zieht so außergewöhnlich an den Haaren, dass das so wehtut? Oder ist das jetzt nur, weil ich so eine Mimose bin? Ich meine, immerhin habe ich ja Bartwuchs. Krabbeln wir mal hier oben lang und finden hier mal so rein gar nichts. So. Machen wir das Licht auch aus. Machen wir das Licht auch aus. Dankeschön. Der da drin ist das Ziel. Hier drin ist das Ziel. Wie komme ich da rein? Das bringt nichts. Ich muss wahrscheinlich durch den Untergrund da rein. Hm? Wo komme ich denn jetzt hier raus? Hier komme ich raus. Ist hier irgendwas oben drauf, wo ich reinkomme? Okay. Hier ist nix oben drauf. Hopp. Was ist hier irgendwo was? Ah, guck mal hier. Ach, schade. Oh, hier kann ich nur den Kopf beißen. Saba, 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 saba. So, da komme ich nicht rein. Ich glaube, wenn ich da direkt gegen haue, macht es glaube ich direkt boom. Das wollen wir ja nicht. Ah, Mann. Wie löse ich denn das jetzt aus? Wie komme ich denn da jetzt rein? Vielleicht Irgendwo noch ein anderer Zugang? Was war denn hier der hier? Der ist ja bei nix. Kann ich da mal rumlaufen? Von der anderen Seite zu gucken? Nee. Aber das muss ja quasi... Wenn ich das jetzt so recht im Kopf habe... ...diese Strecke hier sein. Komme ich hier irgendwo rein? Ja, hier komme ich rein. Aha. Machen wir den schon mal. Wir haben schon mal die Hälfte geschafft. Okay. Macht er nicht. Hoppala. So, dann kommen wir von mir hier, nao. Was das so? So. Ah. Hm. Okay, da war ja meine Vermutung richtig, dass es diese Straße hier ist. Schon mal in Ordnung. Probieren wir mal hier rein. Wo ist das Ziel? Irgendwo da drüben. Oh, oh, oh. Lass mich da wieder in Ruhe. Ich probiere es einfach mal aus. Okay. Das bringt mir so gar nichts. Kann ich die irgendwie da rüberschieben oder so? Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, aber ich weiß es eher nicht besser. Nein, so aufwendig war das nicht. So aufwendig ist das nicht. Nee, 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 nee. Ich meine, so aufwendig ist das nicht. Wow. Was war das denn für ein Satz? Da bin ich jeweils reingegangen. Nee, hier ist nichts weiter. Ich wette, die meisten von euch wissen es sowieso schon, was das angeht. Ich meine, das Alien wäre in der Lage, den Praetor immer zu erkennen. Mit so einer grünen Umrandung, glaube ich. Mein Informant, nenne ich ihn ja mal, kann mir das ja mal sagen. Er reagiert auch da drin gar nicht. So, schauen wir mal hier nach. Hm. Wie kriege ich da, wie komme ich da jetzt rein? Ich will da rein. Ich will da rein. Oh, was denn? Oh, was denn? No way. So. Zack. So bin ich also da reingekommen. Okay. Was ist hier sonst? Irgendwas? Nein. Schalten Sie die Lichter aus. Schalten Sie die Lichter aus. Oh. Oh. Over here! It works! It's more flat than two! Okay, look at the size of this thing. I think you'd love the first sight, Adam. It's a little bit dumb if you're happy now. Heh 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 heh. No way out now. You fucking idiot! It's actually close to that class, man. That's important to the place. Grind everything, man. Everything! Suppressions fire! What the fuck is going on out there? Somebody talk to me! Ah, I just wanted to eat something quickly. Oh! So, where's the other? It's here! It's here! Come on! Löschen Sie alle Marines aus! So, das habe ich! Komm mal, gib mal Händchen! Multiple casualties! Anybody still alive? Report it! Okay! Okay! Und den Zivilisten auch infiziert, erfolgreich. Zack! Generator down! It's taking out the power! Okay, einmal hier rüber. Oh! Und einmal! Den Generator! Shit! Another Generator down! Losing Lights! Okay! Let's go! 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 A tollpunkt! So! Augen zu und durch! Hopp! Ah! Dankeschön! Okay, ich muss auch schon wieder den Schnitt machen! Mein Gott, die Zeit geht so schnell um! Und, äh... Bis neulich!